Startup als Berufschance? Kommt zum Innovationsstarter-Event mit anschließendem Get-Together. Ihr seid alle dazu herzlich eingeladen. Nächsten Dienstag, den 12.04. im Café Campus in Göppingen. Los geht's um 18 Uhr. Als Auftakt-Highlight gibt es den Vortrag von Tobias Rieker, der Gründer vom erfolgreichen Startup Marktpilot. Nach einer lockeren Fragerunde geht es dann in den geselligen Teil über. Wir freuen uns auf Euch. Mehr Infos zum Event und über das Organisationsteam, das sich aus Gründers, VWI und Café Campus zusammensetzt, findet Ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.